Wir nennen das auch nicht mehr Streckentest, sondern Kurzstrecken-Nachweis. Psychologisch hat mir jemand erklärt, das ist besser, wenn man einen Test sagt, das muss ich nicht so ganz sicher, was dabei rauskommt. Beim Nachweis ist es klar, so werden wir noch nachgewiesen. Das hat mich wieder etwas gelernt. Da sind diese ganzen Checkpunkte, das finden Sie auch auf Ruala, lagen sich das unbedingt runter, wenn Sie Streckentests mit LKWs, Bussen usw. vorhaben oder auch genauer arbeiten wollen. Und dann haken Sie diese ganzen Punkte ab. Also es geht los, warm gelaufen, Motor an Tankstellen mit guter Wendemöglichkeit abstellen. Klar, man will ja nicht erst Rücksfall fahren, man muss dann geradeaus weiter vorwarten. Motor muss warm gelaufen sein. Das macht vielleicht ein bisschen was auch im Verbrauch aus, aber vor allen Dingen kann keiner hinterher sagen, ja der Motor war ja gar nicht warm. Hatte ich nämlich auch schon, da hat mir der Mechaniker gesagt, ach, ich bin jetzt gerade gekommen, der ist noch warm. Kein Problem, hinterher hat dann von einem im Büro gesagt, ja der Motor war nicht warm gelaufen. Deshalb haben Sie 19% eingespart, das heißt in Schumburg, aber deshalb warm gelaufener Motor. Sie markieren mit Kreide, das hier ist mein Testtischchen, ja, da ist Draht drin. Dicke Kreide, gibt es meistens Kinder, Spielabteilung, ja. Dann markieren Sie wirklich die Reifenpositionen mit langen Strichen, also ruhigen Meter, längs und auf der Mitte des Reifens Breite, an den zwei Hauptachsen, wo das Zugfahrzeug ist, ja, was die Bestimmung, also die Tankposition definiert. Den Hänger brauchen Sie nicht, das ist egal, wie der steht, aber brauchen Sie die Zugmaschine. Wenn Sie Glück haben, es nicht regnet, dann kommen Sie zurück und können genau wieder auf diese Kreide später fahren. Wichtig, weil diese großen Tanks mit 400 Litern, 600, 800 Litern, ich habe mal 1000 Glittertanks, wenn der ein bisschen anders steht, dann macht das sofort mehrere Liter aus. Notieren den Kilometerstand, füllen dann heutig dieses Formular aus, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, setzen Elektronikverbrauch, Tageskilometerzähler auf Null. Dann tanken Sie den Tank blasenfrei voll. Und während Sie das tun, kommen Sie mit dem Hammer, also während der Fahrer, Sie lassen den, Entschuldigung, Sie lassen den Fahrer das volltanken. Es ist wichtig, dass es die gleiche Person immer macht und immer eine Person des Unternehmens. Ja, zum Schluss sagt er, naja, Sie haben ja vorgetan, wer weiß, was Sie da gemacht haben. Nein, das war der Fahrer. Aber am besten, wenn der Chef da ist, soll der Chef selber volltanken. Nachdem, manchmal machen die das. Und dann klopfen Sie von den Seiten und von unten, vorsichtig natürlich, nicht, dass Sie ein Loch einhauen, diesen Tank ab, sodass sich Luftblasen lösen. Es gibt bis zu drei, vier Liter Luftblasen. Die können an den Seitenrändern des Tanks sein, aber auch in den Zwischenblechen. Ja, und das ist schwierig. Und wenn Sie das nicht machen, drei, vier Liter, das ist vielleicht hintenher Ihre Einsparung, wenn Sie das nicht gemacht haben und diese Luftblase löst sich im falschen Moment, nämlich bei Ihrer Fahrt mit dem Fuel Saver, dann tanken Sie vier Liter mehr rein und Sie haben kein Ergebnis. Ja, dann ist der Tag, der halbe Tag umsonst und der Kunde wird wahrscheinlich sagen, also lassen Sie das gut sein, ich wusste ja schon, dass das kratscht. Also, es sieht ein bisschen komisch aus im Einzelfall, aber ich empfehle Ihnen dringend, das zu machen. Auf beiden Seiten, also wenn er zwei Tags hat und dann... Aber dann auf beiden Seiten, Sie kommen da, ich klettern nicht, ich lege mich nicht unter das Auto und klopfe von den Innenseiten die Tanks ab. Das ist ein großes Restrisiko, aber wir müssen überlegen. Alle Verbraucher abstellen, also auch Klimaanlage. Abfahrzeitwitterung in die Tabelle eintragen und also vor allem auch die Temperatur und direkt an der Autobahn. Manchmal sitzen die Unternehmen 50 Kilometer vielleicht von der Autobahn entfernt. So, da ist doch nichts. Dann sagen Sie, okay, tanken Sie an der Werkstankstelle voll, dann fahren wir zur Autobahn. Man, der Autobahn ist ja oftmals, haben wir eine Tankstelle an der Autobahnauffahrt, doch tanken wir wieder voll. Wenn Sie da vollgetankt haben, kann das ja höchstens noch ein, zwei, drei Liter sein. Und wenn Sie die Differenzpreis, die Differenz 10 Cent, zahle ich Ihnen dann gerne für die drei Liter. Ist Ihnen dann auch egal. Aber setzen Sie sich da durch, ich habe es ein paar Mal gemacht, dass ich mich habe gequatschen lassen. Dann haben Sie die Werkstankstelle, die ist am Berg, so schräg, da kann man hier wieder ordentlich hinfahren. Da kommt dann mal nur 4% eingespart. Ich bin mir sicher, wir hätten einen schönen Test gehabt, wenn wir gerade da gestanden wären. Sie sollen in der Durchgang voll da tanken, dann zur Tankstelle an der Autobahn fahren. Sie sparen auch die Zeit durch den Ort. Der muss keinen Nothalt machen, weil die Frau mit dem Kinderwagen kommt. Kein Traktor, der unterwegs fährt und so weiter. Ja, so dass Sie direkt auf die Autobahn auch fahren können. Das ist einfach schade. Wie gesagt, ich spreche aus Erfahrung, wenn Sie sich den Test dadurch verunzen. Wenn Sie Motor abstellen müssen, durch Stau, die Zeit notieren, Motor abstellen. Wenn Sie Kolonne fahren, ideal sind natürlich drei Fahrzeuge. Zwei haben einen Fuel Saver dran, dann bei der zweiten Fahrt. Eines ist ein Vereinsfahrzeug. Wenn Sie das hinkriegen, ist das natürlich toll. Aber viele Unternehmen sind da zurückhaltend, die wollen nicht so viele Fahrzeuge abstellen und fahren. Bei Bergfahrt, die langsamste Geschwindigkeit notieren, weil da kann ja vielleicht die 80 oder 85 vom Tempomaten nicht halten, dann notieren Sie an dem Berg so und so Höhe 65 oder 50. Wenn Sie Glück haben, können Sie bei der zweiten Fahrt wieder das Tempo selbst bestimmen und haben keinen, der vorausfährt und noch langsamer ist als Sie. Und dann sehen Sie vielleicht, ah, statt 50 Kilometer bin ich jetzt nur 50 gefahren an der Stelle. Ah, das ist ja komisch, wie kann das denn sein? Das ist so ein kleiner Anhaltspunkt, wo der Fahrer vielleicht schon sieht, sagt, boah, also hier bin ich noch nie mit 55 hochgekommen. Zumindest nicht, wenn ich beladen war, ja? Das ist ja komisch. Die Fahrer hören auch manchmal, dass der Motor schon ein bisschen runterläuft. Mindestens 30 Kilometer in eine Richtung fahren, dann wenden. Wenden Sie an der Autobahnausfahrt, wo Sie auch gleich wieder auffahren können und wo Sie nicht zu viele Ampeln und Verkehrshindernisse haben. Es gibt Autobahnausfahrten, da müssen Sie vielleicht erst mal ein paar Ampeln gucken, und so weiter, bis Sie natürlich schlechter, dann ist es wieder weniger vergleichbar. Das sieht man eine einfache Ausfaktor. Wenn Sie ankommen, notieren Sie wieder Ankunfts-Uhrzeit, Kilometerstand, Witterung, also vor allen Dingen Temperatur. Wenn es zwischendurch geregnet hat, notieren Sie halt starker Regen, nach so viel Klima her. In diesem Formular ist es sehr. Da war doch eben im Formular Windgeschwindigkeit und... Das haben Sie selten. Ich weiß nicht, wohin die das hatten, die haben vielleicht dann extra Messstationen gehabt oder so, ja? Die Werte habe ich also bisher selten. Wenn Sie starken Wind haben, sagen Sie, Testfahrt war. Dann schauen Sie, das Wind ist stark. Böen, ja, das ist dann einfach nicht mehr vergleichbar. Wenn Sie regelmäßig den Wind haben, der halt weht, ist das nicht so stark. Wenn es ein bisschen Wieselregen hat, auch nicht so stark. Wenn es stark regnet und böenhaft ist, lassen Sie es wieder. Fahren Sie genau wieder auf die Markierung. Der Fahrer, auch wenn Sie die Striche schön groß gemacht haben, das ist unheimlich schwierig. Der sieht ja auch gar nicht so gut. Und der kann fast nie exakt auf die gleiche Position fahren. Und wenn der schon so ein Stück daneben steht, lassen Sie lieber rangen in den Moment, ja? Dass der wirklich ziemlich exakt auf die Striche drauf kommt, ja? Also es ist wichtig, dass Sie da wirklich die Vergleichbarkeit haben. Ein paar Grad Neigungsunterschied bei einem 400-Liter-Tank macht schon ein paar Jahre aus. Jetzt bauen Sie den Fuelzilber ein. Ich montiere ihn meistens schon. Sie können Zahnseil nehmen oder ich nehme ein Draht. Zumindest für die Testfahrt ist das relativ einfach. Gucken Sie, dass der Fuelzilber bis unten auf den Tank kommt. Das hören Sie dann, ja? Und dass er richtig unten liegt. Und Sie sehen auch deshalb, weshalb wir die asymmetrisch montieren hier, die Kabelbinder, dass er wirklich Kontakt haben kann. Wenn Sie die Kabelbinder rechts und links montieren, dann hat er keinen direkten Kontakt zum Tankboden. Und das hat zumindest auf die Dauer positiven Effekte direkte Kontakt auf. Also immer asymmetrisch die Kabelbinder montieren. Machen Sie es fest, das ist klar. Dann tanken Sie voll, klopfen wieder ab. Und dann haben wir wieder den gleichen Stand. Und hier die Werte. Wir machen jetzt immer noch ein Foto von der Tanksäule, das hinterher dann ganz klar ist. Ja, das ist meistens sehr dunkel. Machen wir manchmal, aber meistens kann man nichts erheben. Ja, weil es so dunkel da ist. Aber der Füllstand, wir merken uns die Nut oder irgendwas gibt. Meistens gibt es eine Markierung, zu der wir dann zusammen mit dem Fahrer, und wenn es noch eine dritte Person gibt, zusammen reinschauen und sagen, ja, jetzt ist gut. Ja, so war es das letzte Mal auch. Ja, dass man wirklich exakt die gleiche Position hat. Da müssen Sie dabei sein. Ich habe es schon gehabt beim Test, Leute, die es sehr gewissenhaft gemacht haben, sagen, ja, vor allem waren wir bei denen. Oh ja, stimmt. Mensch, brauchen wir jetzt nicht schlau, wir müssen das abholen. Ja, die haben einfach das nicht richtig beobachtet. Ja, Sie müssen da dabei sein. Da müssen Sie sehr aufmerksam sein. Jetzt fahren Sie wieder die gleiche Strecke. Wenn Sie eine Pause machen wollen, wenn Sie im Winkel gehen wollen, was auch immer, können Sie das jetzt machen. Das schafft jetzt nichts, wenn der Moment da steht. Nicht ein paar Stunden, dass der Motor wieder kalt wird. Aber wenn da im Moment Pause ist, ist das nicht so tragisch. Oder wenn Sie ein bisschen laufen lassen, dass dann eben... Eben, aber dann wieder folgern. Genau, wenn Sie es laufen lassen können, das ist ein guter Hinweis, dann haben Sie diese 1, 2, 3 Liter, die im Filter sind und im System drin sind, haben Sie dann rausgeraschen. Weil jedes Prozent zentriert. Ja, ja, weil es kraft wird. Klar, wenn es kraft wird, ist das wichtig. So, jetzt wiederholen Sie genau das Gleiche, die gleiche Prozedur, machen alles genau wie jeden und dann kommen Sie wieder zurück, fahren wieder genau dorthin, Markierungen, messen wieder genau, notieren alle Zeiten. Und dann haben Sie eigentlich ein sauberes Ergebnis. Also ich würde sagen, unterdessen bei mir 90, 95 Prozent der Tests funktionieren. Schwierig, zwei Tanksysteme, da hatte ich jetzt ein paar schlechte Ergebnisse. Also einmal hatte ich 26 Prozent Einsparungen, das scheint mir deutlich zu hoch zu sein. In der gleichen Fahrt mit dem zweiten Fahrzeug war es gar keine Einsparung. Die waren es gar nicht mit zwei Tanksystemen. Irgendwas ist da komisch. Also wenn Sie können, nur Fahrzeuge mit einem Tank nutzen. Wenn das Unternehmen solche Fahrzeuge hat. Ich hatte mal einen Bustest, auch mit zwei Tanksystemen, da sind wir nach der ersten Fahrt zurückgekommen, der wollte auffüllen, hat er nur 5 Liter reingekriegt. Wir waren aber 60 Kilometer gefahren. Da sagte der, das kann ich sein. Ich brauche nicht nur 8 Liter auf 100 Kilometer für meinen Bus. Das Allerniedrigste waren vielleicht 20 Liter. Wir haben die 12 Liter nicht mehr reingekriegt. Der ist dann nochmal rumgefahren, vielleicht war dann Luftgase, haben wir nochmal 5, 6 Liter reingekriegt. Aber das war irgendwie mit diesen Überläufen, wir wissen nicht genau, das ist kompliziert. Also wenn es geht, irgendwie ein Tanksystem. Das war bei uns aber alles bei mir mit dem Grund. Ja, und dann haben sie ihn mit ihm abgemacht, ihn geschäftig bestätigt. Idealerweise hat er Ihnen das auch unterschrieben, dass wenn der Test positiv läuft, im Schnitt über 5 Prozent, oder beim Eintrag zurzeit über 5 Prozent einsparen, dass er Ihnen dann 5 Stück abkauft. Ich habe auch schon Tests abgesagt, und der eine gesagt hat, nee, das muss ich ja meinem Chef zeigen, dann gucken wir mal. Und ich sage, ja sorry, also dann können Sie gerne einen kaufen, aber ich komme nicht zu dem kostenlosen Testmarkt. wenn Sie noch nicht mal wissen, ob Sie 5 Stück kaufen können. Also eben wieder nicht mit dem Entscheider gesprochen, und dann, darauf wollte ich mich dann nicht einlassen. Sie müssen natürlich, wenn es die erste Kunde ist, wollen Sie es gleich trotzdem machen. Dann haben Sie natürlich immer dabei, eine Zange, zum Abknipsen des Grates, die Fuel Taver, das ist klar, zur Sicherheit noch ein paar Kabelbinder, die Kreide, die Zahnseide, und den Fiumsecker nicht vergessen. So, was habe ich hier noch? Hier habe ich für PKW-Sondersituationen noch was. Das kommt nicht richtig raus, das ist eine Antennenkabel, eine Quarkskabel. Jetzt kommen wir zu Ihrer Frage zurück, Sie haben das jetzt in Ihrem Ketti drin, und Sie ziehen und kriegen es nicht wieder raus. Mist, was machen Sie jetzt? Aber jetzt wollen Sie das Auto verkaufen. Ja, die können Sie das Kabel rein. Kaufen Sie so ein Kabel, gibt es für wenig Euro, an jedem Markt zu kaufen. Machen damit die Klappe unten auf, und müssen halt ein bisschen spielen. Ja, ist klar. Dann wird sie dann da. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Aber jetzt haben Sie sich nicht verstanden, dass Sie es mit der, wo Sie es erklärt haben, dass Sie es asymmetrisch befestigt haben. Ja, wenn er jetzt ein paar Millimeter von Tankboden hat, was macht das aus? Also wenn ich jetzt die Kabelbinde links und rechts ist, dann hat er also praktisch ein, zwei Millimeter Abstand zum Tankboden. Also der Hersteller hat mir auf diese Frage hingesagt, es ist nicht nur wichtig, dass er immer am Treibstoff liegt, das wäre es ja auch, wenn er einmal ein Millimeter über dem Boden wäre, sondern der direkte Kontakt ist wichtig. Also ich gehe davon aus, dass dieser direkte Kontakt auch noch für die Übertragung dieser Schwingung auf das ganze Tanksystem hat. Bei einem LKW mit Fleschtank könnte ich das verstehen, aber bei einem KKW mit Plastiktank? Er sagt, das Material spielt keine Rolle. Ich kann das jetzt nur so wiedergeben. Es ist natürlich nicht wissenschaftlich untersucht. Wenn Sie ein Universität haben, wie ich das mal untersuchen will, kann man das gerne tun. Ja, aber ich nehme mal die Aussage des Herstellers für einen Erfahrungswert und er empfiehlt eben diese Montage so, dass die Kabelbinder auf einer Seite sind und dann ein direkter Kontakt zu dem Tankboden, egal ob es Plastik ist oder Metall hat. Das könnte bei mir ein Fehler sein, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich den Draht von der Ruhm überzogen. Ja, es sollte trotzdem natürlich funktionieren. So funktioniert es vielleicht besser. Nur, dass Sie wissen, ich habe es am Anfang auch falsch gemacht und dann hat er gesehen und gesagt, du machst das ja falsch. Sag ich, wieso? Ich habe noch zwei Kabelbinder und er sagte, ja, aber ich habe doch das so gemacht. Also Mensch. Und wie gesagt, das ist ein Detail, es sollte trotzdem funktionieren. Wenn Sie, bei Ihnen ist es vielleicht wichtig, aber Sie haben ja gesagt, Sie haben es gehört, aufschlagen. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie zum Teil sind das wie Skulpturen, diese Tanks, oder es sind zwei, drei Tanks, die durch Pumpen miteinander verbunden sind und wenn Sie da irgendwo an der Seite, haben Sie vielleicht auch eine Seitenwand gehört, an der er ausgekommen ist und Sie denken, ah, super, ich bin unten, das hätte ich wenig von meinem Citroen. Ich schaue es noch mal raus. Gucken Sie es noch mal raus, kaufen Sie noch mal Kabelbinder, machen Sie es entweder in Dieselfilter, wenn das bei Ihnen geht, oder sonst mal auf die Leitung. Lassen Sie dann halt mal ein paar Tanks Füllungen draußen, dann sehen Sie, verändert sich was im Verbrauch oder nicht. Wenn Sie merken, es verändert sich nicht, dann laufen sich bei der Installation was falsch. Funktionieren tut er immer. Ich habe schon Kunden, die gab, die mir das zurückgeschickt haben, ich habe selber getestet, einwandfrei funktionieren. Dieser hier, just dieser, ist Excel. Da hat einer gesagt, oh, die funktioniert nicht, das ist Fehler. Ich habe gesagt, schick es mir zurück, kriege es neu. Ist die Einsparung von dem eigentlich dann auch wieder größer, weil ein Degger wäre, als per Wend? Ja, ungefähr, pro Größe, ungefähr 5-8% mehr Einsparung, sagt der Gersteller. Ich habe darüber keine Messeröffel gemacht, wäre mal interessant, also ich mache es jetzt gerade bei mir im Wärzchen Audi, dass ich mit dem M angefangen habe und dann will ich, Entschuldigung, die XL rein tun, aber es ist, der Gersteller hat es ein deutlicher Unterschied. ich meine, ich wäre jetzt zumindest mal ein gutes Verkaufsprojekt, kann man es jetzt wagen, dem Kunden das so zum Testen zu geben, weil wenn man das bei Pkw dann nicht merken würde, dass jetzt plötzlich dann ein erheblicher Unterschied entsteht, bevor ich mir ganz klein fände, 79 Euro gebe. Ja, wir schmagen natürlich oftmals, Kunden sagen, ja, wie ist es denn, wenn ich 2S nehme, habe ich dann nicht mehr Effekt als mit einem M. Aussageshersteller, nein, vielleicht sparen sie 1-2% mehr, aber wenn sie wieder sparen wollen, dann nehmen sie lieber ein M oder ein L oder ein XL, je nachdem, und nicht 2 von der kleineren Sorte. Natürlich kann einer, wenn einer 100 PS hat, auch eine S machen, gibt es auch so Leute, die werden auch was einsparen. Aber der Ende ist besser und sie sparen mehr. Wie gesagt, ich biete es den Kunden meistens Hand, wenn einer eben so 300 PS hat, sagt, ja so, mich Merkel tut sich schwer mit 595 Euro, dann sage ich, also schauen sie, nehmen sie mal ein M, testen sie es, wenn sie zufrieden sind, können sie umtauschen gegen L, versparen sie noch mal mehr und gegen Aufpreis, wenn ich ihnen dann in L zu. Ein bisschen Handlingsaufwand, aber der Grund ist erst mal zu tun. Ja, man müsste ja eigentlich auf die Tankgröße Einfluss haben, das heißt also, wenn ich mit einem Fuel Saver, zum Beispiel, ich mal angenommen, der eine Tank hat 20 Liter, dann hat das 80 Liter Fassungsvermögen, dann müsste man doch eigentlich, dort wo der 20 Liter Tank drin ist, mehr sparen, weil die Intensität der Einwilligung, dass das kleinere Volumen dann intensiver ist, das ist sicherlich so, denke ich auch, dass das einen gewissen Effekt hat. Aber ich denke, der Haupteffekt ist die Durchführung schon nicht. Also wie viel der wirklich braucht. Aber ich sage mal, man müsste eine Universität haben, die dann sagt, okay, fünf Studenten, fünf Fahrzeuge, wir testen jetzt mal alles rauf und runter, oder Motorprüfstand, dann wären wir da sicherlich drüber. Oder wir müssen halt die Tests, sobald wir können, selber machen. Wir hatten heute Morgen schon mal den Überstandtest für LKWs. Kannst du da noch mal was sagen, wie das gezinnt wird? Ja, also wir ziehen die Leitungen ab von, das geht in der Regel in zwei, drei, vier Minuten. Also meistens ist man überhaupt Standort des Unternehmens. Und dann können die einfach die Schrauben da lösen, machen das in den Tank rein. Also wir haben den Motor erst auf. Dann messen wir genau eine Menge ab. Ich sage jetzt mal zehn Liter. Tun die in Kanister rein, in Durchsicht, die machen die beiden Treibstoffleitungen, also Zufluss und Rückschluss rein. Dann lassen wir den Motor auf einer erhöhten Tourenzahl laufen. Sagen wir mal 13,000 Touren, 15,000 Touren. Wenn man den auf 800 Touren laufen lässt, wo er normalerweise im Leerlauf läuft, dann sitzt man im Schloss. Da hat man keine Spanke. Also man hat eine definierte Sprintmenge. Definierte Sprintmenge. Und lässt die einfach mehr laufen? Ja, nicht auf null, weil wenn er Luft zieht, das ist nicht schlecht. Also es sollte, man sieht ja, es wird langsam weniger. Okay, jetzt haben wir von den 10 Liter, dann haben wir jetzt mal 8 Liter in der Viertelstunde weg gesoffen. Oder 20 Minuten, dann sagen wir, okay, stopp, eher leeres. Dann schütteln wir den Rest, der drin ist aus, messen das exakt aus und messen dann den Teil. Dann lassen wir die, was auch immer, 1,5-2 Liter weg saufen, die im System drin sind. Das ist genau das, beim Standtest machen wir das. Und dann im nächsten Schritt messen wir, füllen wir wieder exakt auf, auf die sagen wir mal 10 Liter. Das sind exakt 10 Liter wieder drin und lassen wieder eine Viertelstunde. Sagen wir mal, es war eine Viertelstunde, exakt wieder eine Viertelstunde laufen. Und messen den Rest und dann haben Sie die Einsparung. Das ist ein sehr, sehr exakter Test. Ja, das ist nochmal ein Witterung. Witterung, fahrerabhängig, verkehrsabhängig, unabhängig, also das ist alles, die ganzen Sachen spielen da keine Einfluss mehr. Das ist eigentlich optimal. Ja, also wenn der Kunde dem zustimmt und sagt, ja, feine Sache, das macht ja auch Sinn. Wenn man eine Werkstattmasse dabei hat, der weiß, welche Schläuche abziehen muss. Genau, das in der Regel, das ist eine ganz kleine Geschichte. Bei LKWs, bei Bussen ist das schon eher. Bei LKWs, nachdem das ich gesehen habe, vor allem Sattelschlepper oder so, das ist nicht alles frei, das kann man an den Tag ziehen. Ja, also wenn der Kunde darauf eingeht, das ist natürlich eine ideale Situation. Gut, haben Sie weitere Fragen zum Testen mit dem LKW? Sie können das natürlich auch so präzise mit dem PKW machen. Sie lassen es sich dann unterschreiben vom Fahrer und vom Betreuer. Und hier ein Herstellertyp, an die das Kennzeichen. Ist dann immer schön, noch ein Foto zu machen. Das machen wir dann mit auf die Links drauf, auf die Auswertung drauf. Ideal natürlich mit dem Fahrer oder mit dem Chef oder wie auch immer. Und wenn Sie jetzt, wenn der Ihnen jetzt den Fahrer schickt und sagt, hier ist der Fahrer, der fährt jetzt mit Ihnen, dann gucken Sie, dass der Chef zumindest bei der Aufstankung mit dabei ist. Aber wir hatten es auch schon, dass jemand gesagt hat, oh, wie viel hast du denn dem Fahrer gegeben? Weißen auch die Kunden auf, dann sagen Sie, geben Sie mir einen Fahrer, am besten den Werkstattleiter, dem Sie vollständig vertrauen. Ja, wieso denn? Ich habe gerade schon gehört, dass einer gesagt hat, na, hast du den Fahrer gestoppt. Insofern, am besten ist natürlich mit dem Chef, da kann man mit dem auch ein bisschen kratschen, wenn der Fahrer ist. Das ist immer gut. Nicht zu viel quatschen, sonst fällt da eine Ausfahrt vorbei, hatten wir auch schon. Wir haben dann zu verquatscht, aber dann sagt man, hey, hätten wir da nicht ausführen wollen? Oh, ja, stimmt. Also, ja, es ist schon schön, sich zu unterhalten, auch zu gucken, hört man was am Motor, verändert sich was an der Drehzahl, es wird wohl zum Teil lastabhängig geguckt und keine Ahnung, was die Drehzahl noch verändern. Was sieht man an der Elektronik? Elektronik verbräuche ich immer mit mutieren, wenn man das kann. In der Regel ist die extrem unzuverlässig, aber das ist dann gut, dass man das zeigen kann. Schauen Sie, die Elektronik hat jetzt zweimal 18 Liter gezeigt. Wir haben einmal 20 Liter gebraucht, dann 15 Liter, ja. Sehen Sie? Oder was weiß ich nicht, der wird sein mag, ja. Da sieht er auch, ah, okay, die Elektronik ist nicht so präzise. Dafür ist die auch gar nicht ausgelegt, ja. Die wollen ja nicht auf Milliliter genau das messen. Da geht es ja um Tendenzen. Ist der jetzt, braucht er tendenziell mehr oder weniger? Da geht es ja nicht um, in der Regel um absolute Werte hinter der Kommastelle, sondern es geht wirklich um Tendenzen, ja. und wenn der Fahrer jetzt auch mal viel mehr braucht, ja, als vielleicht zuvor, dann holt man ihn sich, was ist denn da passiert? Hast du geklaut? Oder sagt er, ja, nee, wir hatten, keine Ahnung, Krisenprobleme und Stop and Go, halben Taglagen und deshalb, ja. Aber dann hat das Unternehmen die Möglichkeit da zu schauen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Aber das ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, eine super exakte Messung des Verbaus zu machen. Deshalb lietern wir immer auch aus, auch beim BKW. Gibt es einen Unterschied zwischen der normalen Messung, das ist also, wie es jetzt hier vorgeschrieben ist, Autobahn, Strecke, gleiche Vor- und Nachteinbau, oder wenn der Spediteur einfach seine Routen klärt, die auch verschieden sein können. Ja, eben, darauf habe ich ja hingewiesen am Anfang. In der Regel wollen die Spediteure das immer. Ja. Und ich lasse mir dann eben die Fahrzeugdaten schicken, die meisten haben keine oder finden sie nicht. Bei großen Speditionen schon gesehen, ja, das hat mein Sohn oder er ist da hinten, da ist dann so ein Stapel Papier, da hat man so ein Packen Papier, da kann man dann durchsuchen, da fehlen dann ein paar Monate, und irgendwie ja so. Manche haben es natürlich schön computerisiert, dann lassen sich das geben, computerisiert und werten das exakt mit dem Kunden aus und zwar selber abwesen. Er hat die Abwesenheit nicht, er kann das auch nicht, dann werten sie das exakt aus. Weil mein Spediteur, der hätte ihm das vorgeschlagen, aber aus Zeitgründen hat er das nicht gemacht. Ja, weil er ja dann zwei, drei Stunden aus seinem Betrieb raus ist und deswegen hatte er das abgelehnt. Ja, das gibt es, das sehen wir immer wieder, ich kann das jetzt hier leider nicht zeigen, da müsst ihr erst PWS machen und so weiter, aber ich kann Ihnen das hier zumindest auf dem Computer mal zeigen, welche Analyse wir da machen. Wenn die gute Daten haben, dann stimme ich dem zu. Die können ja immer sich das kaufen und selber einbauen. manche Kunden sehen das auch, gar kein Problem. In der Regel Kunden, wo der Fahrer nicht Staub klaut und wo der präzise Tankaufzeichnung macht. Viele haben Tanksysteme, da stecken sie eine Karte rein, die müssen genau die Kilometerzahl eintippen, da kann man sich auch mal vertippen, aber das gleicht sich ja dann mit der nächsten Betankung wieder aus und dann registriert die Karte automatisch, wie viele Liter die getankt haben. Diese Daten kriegt man meistens, wenn sie an der Gagstankstelle tanken. Viele tanken aber dann vielleicht noch mal, bevor sie zurückkommen, noch mal außerhalb, weil sie sonst nicht zurückkämen. Und da haben wir jetzt also, ich versuche das gerade mal zu finden. Hier ist jetzt ein Beispiel, wie gesagt, tut mir leid, dass ich das nicht zeigen kann. Das ist eben das eine Unternehmen, das gesagt hat, ja, ja, sind immer gleiche Strecken, gleicher Fahrer, gleicher LKW, fast immer gleiche Beladung. Wir haben extrem stabile Verbräuche. Ich kann dann gleich mal schauen. 15% Standardabweichen. Das ist unheimlich viel. Das heißt, die Werte schwanken um 30%. Und da habe ich schon geklettert mit Hand. Also so offensichtliche Fehler, wo der mal 15 Liter hat und dann 55, habe ich dann schon zusammengefasst gesagt, weil das ist klar, das hat einem nicht richtig vollgetankt. Wahrscheinlich Freitagnachmittag oder der LKW musste schnell wieder raus, haben die nur das nötigste vollgetankt und dann ging der wieder raus. Dann kommen solche Kurven bei raus. Das ist ein fürchterliches Durcheinander. Tränenlinien steigen, keine Ahnung, wie so der steigende Verbräuche hat. Also das ist jetzt ein normales Tagesgeschäft. Das ist jetzt ein normales Tagesgeschäft. Extrem schlechte Werte. Ich weiß nicht, warum es liegt. Ich vermute, es hängt in einem Fahrzeug. Mein Fahrzeug ist immer der gleiche Fahrer, bis auf die Urlaubszeiten. Es ist immer der gleiche Fahrer. Sind das die Auswärtstankfüllungen, die nur so knapp bemessen werden, dass der noch nach Hause kommt? Ne, das wäre inkritisch, weil über zwei, drei Werte würde sich das wieder neutralisieren. Wo ich diese starken Schwankungen gesehen habe, habe ich das schon auch mit Hand im Excel neutralisiert. Trotzdem, ich weiß es nicht genau, ich vermute, es hängt irgendwie mit den Überflüssen zusammen, ich kann es hier nicht genau so haben. Oder dass die einfach extrem schlampig auftanken. Wir haben zwei Tanks, den zweiten zu betanken ist extrem schwierig, dann musst du ihn durchreichen. Ja, da hinten steht natürlich kein, der ist ja alleine, da muss ja gucken, dass dieser Zapfhahn nicht umkippt und dann alles rausläuft und dann muss er rumlaufen und dann hat er den zweiten Tank und also, ich kann es nicht sagen, die wissen es nicht, die wissen es selber auch nicht. Sondern die wissen, keine Ahnung. Sie sehen ja steigende Verbräuche, von hier, was haben wir, unter 35 mal 34 Liter auf knapp 40 Liter schein, in der Trendlinie, dann habe ich hier zehn Perioden, also zehn Betankungen immer zusammengefasst, das ist diese Linie, die ist immer noch extrem schwankend. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir da im Langfristtest überhaupt zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Das sind also, aber das sind extrem schlechte Werte. Ich habe auch schon Großbetrieb Basel gesehen, die haben nur 5% Standardarbeit und das ist ein Recht, da schwanken die 97% der Werte innerhalb von 10%. Das ist relativ ordentlich, da kann man wirklich schon gut mit arbeiten. Da sollte man eigentlich, wenn jetzt nicht extreme Sachen kommen, sollte man schon was sehen. Man kann ja dann, wenn man 5 Fahrzeuge hat, unter anderem auch die 5 Stück, dann kann man noch mal gegen den Rest der Flotte vergleichen. Wenn ich gegen den Rest der Flotte vergleichen kann, wenn ich die Werte habe, hier habe ich sie nicht und ich gebe jetzt auch nicht 30 Fahrzeuge ein, weil das ist wirklich arbeitsaufwendig, dann kann ich vielleicht sehen, ja, warte mal, die ganze Flotte ist um 10% hochgegangen, vielleicht durch Wettereinbruch oder so was. Und unsere Fahrzeuge, wir sind vielleicht konstant geblieben, da haben wir eigentlich eine Einsparung von 10% gehabt. Aber wenn man nur die Werte anschaut, sagt, der ist ja gleich geblieben. Aber das sind alles, da steckt der Teufel in statistischen Detail. Also manche Mitarbeiter sind ja auch frustriert, weil die Frage, ja, mit der Arbeit nicht zufrieden und denken, vielleicht macht man immer Spaß. Das ist toll, wenn man mal falsch. Irgendwas oder fahren schneller, also wenn der ein schlechtes Wochenende hatte, fährt er vielleicht wie Rambo, und der andere ist vielleicht ganz entspannt und fährt ganz sachte und das macht extrem, also nebenher gesehen, das macht 15, 20% schnell aus. Ein entspannter Fahrer, das sagen ja auch alle Chefs, die selber fahren sollen. Wenn ich fahre, ich brauche maximal 40 Liter, Mitarbeiter, zu 41, 43, 44 Liter. Man merkt es ja am Ekometer, auf dem Lkw. Ich kann so fahren, dass ich 6 Liter verbrauche, ich kann richtig auf die Tube drücken, dann verbrauche ich 11 Liter oder 12 Liter. Ja, ja. Gut, beim Lkw habe ich dann irgendwann eine Geschwindigkeitsbegrenzung und ich kann nicht schneller als 89 fahren, aber ich kann natürlich sonst ruhig fahren, wenn ich Liefer-Verteilverkehr, ich bin neulich mal im Bus in Berlin gesessen, zum Flughafen raus. Ich dachte, der wollte irgendeinen Wettrekord fahren, dieser Fahrer. Also der ist gefahren wie die Sau. Und dann fahren die, dieser Titelbus ist ja ein bisschen kleiner, der fährt dann auch richtig, dann ist der, wahrscheinlich war der hinten dran und musste versuchen, ihn aufzuholen. Der ist wie folgt gefahren, also bei Wettrennen, mitten im Berufsverkehr. Dass da nichts passiert, ist dann ein bisschen wunder. Ein anderer Fahrer, der vielleicht entspannt fährt, der braucht dann 3 Minuten länger, der hat natürlich ganz andere Verbrauchskraft. Der hat ja auch so viele Einflüsse, angenommen, der ist Zigarettenraucher und macht 5 Minuten Pause, lässt aber den LKW laufen. Und er soll aber keiner merken und dann schreibt er sich auf. Ja, ja, also. Und die gibt es ja auch schon. Ja, das ist ein großes Turing. Also, es gibt da viele Sachen, wundersame Dinge, deshalb bei den Tests, die testen eigentlich nur, wenn sie wirklich saubere Daten haben. In dem Tag haben wir getestet, der hat jetzt diese 5 Stück genommen, das ist jetzt natürlich sein Peer. Der war auch der Ansicht, dass seine Werte extrem stabil sind. Ja. Ja, der wusste das gar nicht. Ja. Gibt es nicht auf dem Markt auch schon sowas wie Durchflussmessgeräte, wo man ganz exakt die Werte bekommt? Ja, wir sind da gerade, die messen auch in den Wurzluss. Wir sind da gerade mit dem Hersteller in Österreich gegangen. Es gibt nur zwei, obwohl sehr guten aus Ukraine oder Weißrussland. Aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt lieber mit dem aus Österreich, ja, vom Image her vielleicht des Anbieters. Und der Herbert Renner schaut sich das nächste Woche an. Die sind auch nicht so teuer, bis 17,800 Euro in der komfortabelsten Version. Und dann müsste man natürlich mal, aber muss dann den Kunden ja auch, also es muss, glaube ich, dann aufgeschnitten werden oder die Leitung ersetzt werden oder was. Also es ist auch ein gewisser Aufwand zu dem, wie man hierher bereit ist. Und irgendwann muss man natürlich die Kosten tragen, ja. Wenn er sagt, ich baue das jetzt mal zwei Monate ein, zwei Messgeräte, dann musst du eigentlich mal diese knapp 4.000 Euro bezahlen, ja. Und man jetzt für so eine Referenzmessung, ne? Ja, ja. Also er sagt, das ist ganz genauer Werte, also da kann nichts an Einflüssen da sein, ja? Ja, das ist meins. Da sind wir dran. Da verspreche ich mir auch einiges daran. Also das ist, dieser große Handelskonzern, auch die Wiener Verkehrsbetriebe, die haben langfristig diese Daten gesehen und beobachtet. Aber es gibt auch unter dem, die sagen, wir sehen nichts. Wie gesagt, wenn wir dann die Daten kriegen, dann können wir selber analysieren. Und oftmals können wir dann nachweisen, sagen, ja, das hat doch funktioniert. Deshalb wichtig, wenn Sie den View-Zaver für diese Leute zur Verfügung stellen wollen, er kann jetzt, kaufen kann er sich ja immer ein, das wollen und können Sie nicht verhindern. Aber wenn Sie den zur Verfügung stellen wollen, dann würde ich darauf dringen, dass er Ihnen vorher die Daten schickt. Sagt bitte hier Daten, ja, ob das überhaupt Sinn macht. Dann können Sie statistisch wie ein bisschen Einblick verschaffen, ob da überhaupt eine Chance ist, dass der Wasser vernünftig ist. Klar, auf lange Dauer, aber auf lange Dauer hat der Fahrer gewechselt, ist dann noch ein Motor, was verändert worden, sind neue Reifen drauf, aber da verändert sich wieder alles. Also das ist eigentlich bei den LKW-Flotten mit der kritischste Punkt, wie kriegen wir da vernünftige Daten, die belastbar sind und dann den Effekt auch zeigen. PKW, kein Problem. Also das ist, was heißt kein Problem? Mag es den ein oder anderen geben, der es auch nicht sieht, aber im Wesentlichen haben wir bei den PKWs auch verbrauchswert. Und sehen die auch in der Elektronen. Gut, haben Sie noch weitere Fragen oder Anregungen? Gut, dann schließen wir diesen Teil auch ab. Vielen Dank. Und dann und dann